Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pigments, bei immer noch in diesem, in dieser extrem anspruchsvollen Höhle, sage ich jetzt mal. Aber wir haben uns noch, ich habe ja noch eine Idee. Ich sehe gerade, wir haben... ...doch da hinten... Ich denke, wir brauchen noch Weiße. Warte mal, ich brauche... Wir haben jetzt drei von diesen Viechern. Ja, wir brauchen diese kleinen Fleckenkäfer, oder wie die da heißen. Die brauchen wir, sie sind an sich nur... Also kämpfen ja nur, sind so stark, glaube ich, wie normale Pigments. Sprich, wenn ich die jetzt also austausche gegen irgendwelche, ja, farbigen Pigments. Mache ich gewinnt. So, jetzt mache ich hier zwei davon. Und... Ja, so viele blaue brauche ich nicht. Dann mache ich mir lieber nochmal zwei, drei Sumo-Ringer mehr. Sumo-Pickies und... Die sind nämlich stark, machen gut Schaden. Und damit komme ich gut zurecht. So. Alle herkommen. Pflanzen. Und... Die hier auch ausbrüten. So. Alle herkommen. Alle herkommen. Hallo. Dicker. So, danke. So, ja, jetzt können wir weitergehen. Und, ja, wenn man rausgeht, muss man wieder alles von vorne machen. Von daher gehe ich weiter. Es ist zu gefährlich. Es ist zwar gefährlich, mit der Anzahl an Pigments noch weiterzugehen, aber... Ich muss auch sagen, je weniger man hat, desto leichter ist es, damit zurechtzukommen. Waaah! Waaah! So. Erstmal alle herkommen. Feuer? Oh, eine Wasserbistie. Eine Wasserbistie, eine Wasserbistie. Oh, eine Wasserbistie. Klopp, klopp, klopp. So. Hier haben wir Wasser. Und das sind schon wieder Steinespucke. Och, nein. Warum musste ich weiter reingehen? In die Höhle. Warum musste ich das machen? So, na gut. Erstmal auseinander. Leute. Die Roten kommen. Können wir uns jetzt erst mal um das hier? So. Ich habe eine Idee. Ich probiere mal was. Hallo. Bam! Das funktioniert sogar verdammt gut. Haha, ha. Bam. Okay. Und. Zack. Und wieder draufhauen. Ich mache das jetzt als Einzelspieler. Zack. Und. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und. Wieder draufhauen. Das ist praktisch. So. Und. Wieder draufhauen. Ja, ich weiß. Das ist lame. Aber so verpflege ich meine Figments wenigstens nicht. Und. Tot. Schön. Wow. Aha. Da kommt wieder so einer. Komm her. Komm her, Stein. Ach, schade. Zack. Und. Zack, zack. Ja, ja. Den muss ich auch noch besiegen. Die sind auch scheinbar immun gegen Wasser. Bum. Und. Bum, 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 bum. Bum, bum. Wow. Okay. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Nein. Nein, 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 nein. Oh, ich muss aufpassen. So. Na gut. Komm. Na ja, alle her. Ich habe eine Aufgabe für euch. Hallo. Beifuß. Beifuß. Komm, komm, komm. Und. Schmeißen. Ja, 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 ja. Das war's mit ihm. Kommt alle her. Ich habe wieder ein paar Leute mehr. Yay. Okay. Ich würde gerne irgendwas haben, um Olima auch zu heilen. Das ist nämlich jetzt echt scheiße. So. Auseinander. Und. Du nimmst mit. Die hier. Die hier. Kommt her. So, ist gut. Ah, okay. Jetzt irgendwie mal kurz umschauen. Was es hier alles gibt. Hier ist alles Feuer, ne. Gefährlich. Kommt, nehmt mal die mit. Zack. So. Auseinander. Ich nehm, brauche jetzt mal die Feuer. So, mitkommen ihr. Fünf Stück. Naja, so viel sind es nicht. Aber egal. Oh, da ist noch einer. Von den. Kleinen dabei. So, wie mache ich das jetzt? Hm, wie mache ich das jetzt? Ich kann ja die schlecht. Ich kann es mal mit irgendwem anders probieren. Was brauchen wir denn gerade nicht so dringend? Komm mal mit. So ein Sumo. Ihr kommt nicht durch, oder? Ah. Das ist extrem gefährlich hier. Komm mal mit. Plopp. Ich muss die jetzt alle hier rüberbringen. Ach du Scheiße. Na. Plopp. Und. Komm doch her. Ey. Komm her. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Meine Güte. Das ist hier echt nicht einfach. Nein. Nur einen von beiden. Dich hier. Genau. Angreifen. So, hier ist nichts mehr. Ei, ei, ei. Das hier ist echt gefährlich. So, komm mit. Du musst das hier noch angreifen. 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 Nein. Ach, dieses Scheiß-Drecks-Fiech. Och, nein. Na gut. Jetzt muss ich noch mit dem hier durchkommen. Aha. Sehr schön. Das könnte lustig werden. Ja, jetzt greifst du es an. Okay, komm her. Schau mich an. Plopp. So, nochmal. Schieß. Nein. Verdammt. Da oben ist wieder etwas. Das sind Schachfiguren. So. Komm her. Schieß. Schieß, schieß, schieß. Komm, 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 komm. Nein. Nein, 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 nein. Weg da. Scheiße, ich schäm mich da doof an. Kamera, 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 Kamera. So. So, hopp. So, auseinander. Und ich muss echt aufpassen. Oh Gott. Oh Gott. Bam. Okay. Das war gut getroffen. Halleluja. Okay. Jetzt brauche ich die blauen. Oh. Wie komme ich denn da dann durch? Komm mal, alle her. So, jetzt auseinander. Ich brauche die blauen. Hier. Danke. Und ich brauche... Dann nehme ich die roten mal mit. So, kommt. Und kommt. Okay. So, jetzt auseinander. Und nur diese hier. Ihr seid schon wieder so nah aneinander. So. Ein roter hat jetzt natürlich noch dabei sein müssen, ne? So. Und diese hier. Schön. So sieht es doch mal ganz gut aus. Als ob es geplant ist. Ist das jetzt hier irgendwo ein Abfluss? Den ich benutzen kann. Nein, scheinbar nicht. Das war so schon scheiße, die rüber zu kriegen. So, 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 so. Komme ich da hoch? Natürlich komme ich da nicht hoch. So, ihr holt mal dich hier. Da oben ist ein Geysir. Oh, da ist wieder ein Feind. Nein. Fuck. Ich brauche dafür meine ganzen Leute. So, Pickies. Kommt her. Ich brauche euch. Der Feind ist jetzt erstmal wichtiger. So. Draufhauen. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr wirklich gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Da geht es weiter runter. So. Hierher. Einer noch. So. Ihr kommt bitte mit. Und ihr. Na, du. Kommst auch mit. Ah, dieses Piepen nervt mich gerade ein bisschen arg. So. Hopp. Runter. Bringt zuerst diese Schachfigur hinter. Ich muss irgendwie meine Pikmin da durchbringen. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Da sehe ich auch keine Brücke oder irgendetwas ähnliches. Ich sehe halt nur Wasser und, ähm, ähm, keine Ahnung. Hier ist ja auch sonst nichts. Ich probiere jetzt mal was aus. Kommt mal her. Ja, ich weiß. Das könnte jetzt echt Kamikaze mäßig sein. Aber egal. Komm, 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 komm. Das funktioniert sogar. Wow. Wow. Das ist heftig. Dass ich es echt auf diese Art und Weise machen muss. Okay, Name. Wertlose Statue. Ja. So. Kommt ihr mal mit. Ihr seid wassertauglich. Von daher ist es in Ordnung. So. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja. Hier, bitteschön. Helf tragen. Seid brav. Okay. So. Ich lasse euch mal hier stehen. Und nehme jetzt alle anderen mit. Okay. Das sieht schon mal ganz okay aus. Komm, 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 komm. Hierher. 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 Okay, einer ist leider gestorben. Das war der, der wahrscheinlich von Anfang an rennend ist. Aber okay. Ist nicht so wild. Komm. Alle mit. Alle mit, komm. Alle mit, komm. Okay, das ist schon mal gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Na, kommt mal alle her, bitte. Ich will euch nicht wieder irgendwie ins Wasser schmeißen. So. Jetzt noch schnell die zweite wertlose Statue zurückbringen. Und dann können wir auch wieder eine Ebene tiefer gehen. Ja. Es ist so fies hier. Name. Unbezahlbare Statue. Dafür ist sie aber verdammt wenig wert. So. Wir haben hier alles gefunden. Und dann können wir noch eine Stufe tiefer gehen. Ja. Es ist ja nicht schon schwer genug, dieses Level. Aber wir haben wenigstens wieder so ein paar kleine Viecher gekriegt. Aber dafür unseren Olimar verloren. Nicht gut. So. Aber Leute. Das war es erstmal. mit Pikmin 2 für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn wir dann entweder diese Hülle schaffen oder nicht schaffen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Okay. Bis morgen. Ciao. Ciao.